Sonst hat das immer geklappt, auch auf normal. Egal, nachladen. Ein... ...und weiter. Also diesmal war die Witch aber nicht so schlimm platziert. Diesmal hab eigentlich nur ich Schaden davon genommen. Und ich meine Teamkollegen. Okay, hier war noch ein Heil-Pack. Schussmoker. Oh, da war ein Hunter. Gut. Ich hab dich doch geschlagen. Warum bist du da nicht gestorben? Gut. Hey. So, das letzte Mal war die Witch hier. Da war die wesentlich problematischer. Hallo. Geht's euch noch gut? Nehmt mir einen Schuss. Gewehre. Schnapp mir einen Schuss. Brandgeschosse, hier. Die Brandgeschosse werde ich auch wieder platzieren. Ich fackel mal los. Jetzt wird Feierabend. Das Heilungspack nehme ich aber eindeutig wieder mit. Hab ne Kotzbombe. Nimm den Schuss. So, Adrenalin wäre besser als gar nichts. Nun haben Sie einen Schuss. Ja, ich bleib dabei. Soviel werde ich mich jetzt im Hintergrund halten. Und dann, wenn's denn gleich losgeht. Hoffen, dass wir diesmal wesentlich besser durchkommen als beim letzten Mal. Wesentlich besser. So, okay. Los geht's los. Scheiße. Das fängt ja schon mal absolut scheiße an. Ah, nein. So. 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 Ach, ich darf den Säuren essen. Jetzt hab ich schon wieder funktioniert. Jetzt hab ich schon wieder funktioniert. Und hier. Scheiße. Ah. Die Zombies nerven echt mal. Ja, ich heil mich jetzt mal. Schade, dass ich das so früh machen muss, aber... Bleibt ja nichts anderes. Alles. So. So, ich möchte jetzt links hier... ... und dann muss vorbei. Du hast doch nicht auf die Hand arbeiten müssen. Es lief mich diesmal nicht so gut. Ich muss mir kurz, dass diesmal besser wird. Und das sieht ja immer so schlimm aus, wenn ich ehrlich bin. Jetzt ist es nicht mit einem Splitterstein, man kommt ja nicht raus. Ja, klasse. Und ich liege hier auch nicht. Nachladen. Ich kann mein Arzt in den Coach geben, ich kann es aber auch selber verwenden. Oh, geil, was? Ich weiß nicht, warum. Das sieht doch nicht gut aus. Da ist ein Tank zum Teufel, ey. Na los doch. Ich glaube, ich habe gerade noch ein bisschen zu sehen. Das sieht doch nicht überhaupt aus. Dann noch mal raus. Scheiße, ey. Und wieder hier. Oh, das tut gut, Caesar. Ihr könntet euch auch eins davon nehmen. Da müsste ich das jetzt nicht verwenden. Hallo? Ihr seid auch so blöd. Hallo, da ist noch eins. Das könnt ihr haben. Na los. Da. Hier. So. So, hier bitte. Ich brauche sowieso nicht. Ich will es dir geben. Ich will es dir geben. Ich will dich nicht damit heilen. Oh. Kann man das nicht irgendwie wegwerfen hier? Mit Kuh. Ja, Mann. Ja, dann heile ich mich halt. Oh, ja. So. Ich will die Pack her. Auf. Und los. Auf dafür. Kettensäge. Geil, sowas. Na schön, Leute. Auf zu der Völker. So. Lade nach. Diesmal werde ich aber definitiv versuchen, mich an der Witch vorbeizuschleichen. Lade nach. Oh, was ist denn das? Ich bin jetzt mit. Ja, ich will es natürlich. Jetzt habe ich Sancho. Oh, was ist denn der Scheiß-Smoker nicht? Das fängt hier mir unerfältig scheiße an. Wo ist denn der Scheiß-Smoker? Vorsicht! Ne, ist der Smoker schon tot? Ich glaube nicht. Lade. Lade nach. Und ich glaube, ich nehme vielleicht sogar den Smoker, der uns da vorhin verfolgt hatte. Immer und immer wieder. Und ich glaube, ich nehme vielleicht sogar die hier mit. Lade. So. Nehm Brandmann. Brandmudi wieder hinstellen. Feuer frei. Wunderbar. Jetzt wird's heiß. Ah, wechsel ich vielleicht auf Pistole? Statt dass ich meine Nachkampfwaffe behalte? Ich glaube aber nicht, dass das Sinn macht. Waffen. Ne. Ja, okay. Ach ja, ich will wieder zurück. Und lass meine Kameralgenasten-Sache machen. Was jetzt die Hörte machen. Jo. Hier ist schon ein Charter. Und woher soll ich von der Pumpe gehen? Tja, was das dann geht immer ganz praktisch. So. Okay. Die Brücke, die dritte. Du, mir war jetzt auch noch ein... Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Dass der Umer jetzt ist tot. Ich hab so lange halt hier jetzt nicht gesehen. Hier irgendwo ist die... ...Ridge. Ich hab echt keine Ahnung wo. Das ist wie irgendwo, wo man sich vorbeischleichen kann. Weil hier kann ich echt keine Menschen brauchen. Der Umer ist jetzt schon auch noch nicht tot. Oh, weg du bist das. Entschuldigung. Gut. Das Bitter ist weg. Kommt ihr? Da kommt schon die nächste Zahn. Ah. Bitte. Diese scheiß Zahn. Was ist da aus? Ich mein, es ist ne Brücke. Hallo? Wieso sind so viele zu müssen von der Brücke? Wieso sind die andere drauf? Wieso sind die andere drauf? Die Ero ist noch mal der Ridge. Was wir auch absolut. Und die Boomer hat mich angekotzt. Und das klingt nach Tank und da ist ein Jockey auf mir. Und jetzt habe ich hier eine Molte rein. Ich glaube, ich habe mir die schwierigste Kampagne im Surfing ausgesucht. Und danach habe ich echt das Gefühl, weil ein paar von denen habe ich schon durchgespielt. Und bisher war keine so schwer wie die hier. Ich hoffe jetzt erstmal nicht weiter. So, Jockey. Und hier ist auch noch ein Smoker. Ich hätte mich jetzt gefissen, nein, Entschuldigung, ich hätte mich jetzt nicht gefunden. Wollte ich nicht. So, du bist auch tot. Motto hochhelfen. Klar, es läuft gerade nicht so gut, dass ich wirklich Zeit erst habe, Motto hochzuhelfen. Ich habe auch nicht wirklich Zeit, euch zu verarzen. Das ist echt nervig. Ich habe auch nicht mehr Zeit. Hier, guck mal. Ich bin immer so ein bisschen sicher. Ja, ich will die dafür eigentlich noch nicht verhüpfen, aber... Okay. Nein, das fliege ich doch gar nicht. So. Boah. Ich renne jetzt mal so ein bisschen vor. Ich bringe sowas... Ja, wohl auch nicht. Ja, wahrscheinlich war das so weit. Ich bin der größte, der mich anfangen konnte, weil meine Teamkollegen jetzt nicht mitkommen und ich hier endlich verrecke. Das wird's sein. Ja. Ich habe ja verstanden. Nein? Boah, wie ist das nicht so schnell gehen? actually, zum Beispiel jetzt weiter so verstehen, zum Fall wegwerfen wird. So. Das ist noch eine Wücke. Aber wir sind weitergekommen als hier zu fort. So weit waren wir noch nie. So. Präsent. Jetzt habe ich noch die Bitch aufgeschreckt. So weit waren wir noch nie. Die Bitchwind, ich brenne. Kurt ist tot. Weg ist fast tot. Frosche geht's auch nicht mehr so gut wie sonst mal. Cha-Cha, Nebosler. Selbstverständlich ist unsere erste Öffnung. Und ich bin tot.